Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video werde ich 10 häufige Probleme erwähnen, die bei Fahrzeugen der BMW F30 3er Serie von 2011 bis 2019 auftreten können. Nummer 1. Die Kunststoffsteuerkettenführungen in einige Modellen von 2011 bis 2015, die mit Benzinmotoren ausgestattet sind, neigen zu vorzeitigem Verschleiß. Es wird empfohlen, beim Austausch der verschlissenen Führungen den kompletten Steuerkettensatz zu erneuern. Nummer 2. Einige dieser Fahrzeuge neigen zur Überhitzung aufgrund von Kühlmittellegs. Nummer 3. Das Druckstück in der Zahnstange und dem Ritzel nutzt sich mit der Zeit ab und verursacht klappernde Geräusche, wenn das Lenkrad von einer Seite zur anderen gedreht wird. Dieses Teil ist austauschbar und kann als Bausatz, wie auf dem Bildschirm gezeigt, erworben werden. Nummer 4. Der EGR-Kühler in einigen dieser Fahrzeuge, die mit einem Dieselmotor ausgestattet sind, neigt dazu, interne Kühlmittellegs zu entwickeln und muss ersetzt werden. Nummer 5. Die Außenfarbe einiger dieser Fahrzeuge neigt dazu, leicht abzusplittern. Nummer 6. Die Wasserpumpe in einigen dieser Fahrzeuge, die mit einem Benzinmotor ausgestattet sind, neigt zu vorzeitigem Ausfall und muss ersetzt werden. Nummer 7. Die Ventildeckeldichtung neigt dazu, sich mit der Zeit zu verhärten, was zu Ölex führt. Das Ersetzen der alten Ventildeckeldichtung durch eine neue löst das Problem. Nummer 8. Einige dieser Fahrzeuge neigen dazu, Windgeräusche um die vorderen Türdichtungen herum zu erfahren, wenn sie mit Geschwindigkeiten über 100 Stundenkilometern fahren. Das Einstellen der Türen löst normalerweise das Problem. Nummer 9. Die Aluminiumfelgen in einigen dieser Fahrzeuge sind anfällig für Korrosion, wie auf dem Bildschirm gezeigt. Nummer 10. Die Katalysatoren in einigen dieser Fahrzeuge neigen dazu, zwischen 150.000 und 200.000 Kilometern zu versagen, was dazu führt, dass die Motorkontrollleuchte im Armaturenbrett ständig aufleuchtet. Das Ersetzen der beschädigten Katalysatoren durch neue löst das Problem. Das sind 10 häufige Probleme, die bei Fahrzeugen der BMW F30 3er Reihe von 2011 bis 2019 auftreten können.